ja ja das war so eine Valericik Nummer das ist wie auf meinen Arsch geh mein sah aber das läuft nur im Einspielmodus ok was hast denn du für eine Karte achso Maxi ich hab keinen Moment achso du fährst ja einen Loops Cup du fährst automatisch für recht hey du darfst ihn stoken er wisst er kann ihn nicht aufnehmen ma er darfst schlappen einfach ruhig bleiben ok jetzt warte mal schüttel ja außerdem ich kann nur nicht ich brauch keinen Moment du brauchst du uns da müssen um Powerblock ausweichen kannst du ja außerdem hochdeutsch reden bitte es gibt es gibt eine eine echte Schülerin die sie redt gut super letzte Runde die schüttel die 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 Okay.